Das Wilhelm-Ostwald-Gymnasium im Leipziger Stadtteil Lösnig bietet im mathematisch-naturwissenschaftlichen Profil eine vertiefte Ausbildung an. An der Schule befindet sich eines der drei deutschen TSA-Chapter. Geschichte 1985 wurden an der damaligen EOS Hamburg zwei Spezialklassen mit insgesamt 37 Schülern gegründet. Zwei Jahre später zog die Schule in ein Schulgebäude der ehemaligen 55. Post-Bertold-Precht in Lösnig im Leipziger Süden Die Leitung der nunmehr sieben Klassen übernahm Volker Petruschke. Im Jahr 1989 bekam die Schule ihren heutigen Namen. Unter Anwesenheit der Wilhelm-Ostwald-Enkelin Gretel-Brauer wurde die offizielle Namensurkunde übergeben und die Büste enthüllt. Die bis heute im Foyer der Schule zu finden ist. Im Jahre 1992 wurde Brigitte Heinck Schulleiterin. Die Schule bekam den Status eines Gymnasiums. Ein angrenzendes Schulgebäude der ehemaligen 53. Post-Johannes R. Becher wurde in die Nutzung des Gymnasiums mit einbezogen. Im Jahr 1994 wurde das mathematisch-naturwissenschaftliche Profil vom Sächsischen Staatsministeriums für Kultus in Dresden bestätigt. Arbeitsgemeinschaften Die Schule besitzt einen großen Schülerchor. Im Sportbereich gibt es regelmäßige Sport-AGS. Schüler nehmen an Sportwettbewerben wie Jugend trainiert für Olympia oder dem jährlichen Schüler-Marathon statt. Bei dem die Schule mehrmals den ersten Platz erringen konnte, seit mehreren Jahren wird ab Klasse 9 eine bilinguale Chemie-AG angeboten. Außerdem hat die Schule einen eigenen Schulclub, in dem sich die Schüler in den Pausen und nach dem Unterricht aufhalten können. Um den Schulclub zu organisieren, können Schüler in der GTA-Schlug-Club den Schulclub mitgestalten. Aufnahmeprüfung Aufgrund des vertieften Unterrichts in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern findet ein Eignungstest statt, an dem alle Schüler mit Empfehlung fürs Gymnasium teilnehmen können. Maximal 96 Schüler eines jeden Jahrgangs können aufgrund begrenzter Kapazitäten aufgenommen werden. Daten Die Schule besteht aus zwei Schulgebäuden, einer Turnhalle und einem Sportplatz. Jeder Jahrgang der Sekundarstufe E besteht aus drei Klassen mit normalerweise maximal 24 Schülern. Im Jahre 2007 gab es eine fünfte Klasse mit 27 Schülern, was jedoch die einzige Ausnahme blieb. Seit 2000 beherbergt die Schule das größte aktive europäische TSA-Chapter. Jedes Jahr fliegt eine Mannschaft bestehend aus etwa acht Schülern und zwei Lehrern in die USA. Um an der Nationalkonferenz teilzunehmen und die Forschungs- und Arbeitsergebnisse des vergangenen Jahres zu präsentieren, Sekundarstufe 2. Anders als an anderen sächsischen Schulen belegen die Schüler verpflichtet drei Leistungskurse statt der üblichen zwei. Des Weiteren muss Mathematik als Leistungskurs angewählt werden. Im Abitur muss mindestens Mathematik als Leistungskursprüfung abgelegt werden. Um die Schüler auf das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten vorzubereiten, besteht die Pflicht eine wissenschaftlich-praktische Arbeit zu verfassen, die als besondere Lernleistung ins Abitur eingebracht werden kann. Ab dem Schuljahr 2008-2009. kann man auf Grundlage einer Entscheidung des Bildungsministeriums in Sachsen keinen Biologie-Leistungskurs mehr absolvieren. Als eines der wenigen Gymnasien hat das WOG aber eine Ausnahmeregelung erhalten, sodass Biologie weiterhin mit fünf Wochenstunden unterrichtet wird. Sanierung Am 19. Juni 2007 wurde die Sanierung des Gymnasiums beschlossen. Die Arbeiten wurden 2009 bis 2011 durchgeführt und betrafen das Gesamtschulgelände, zwei Schulgebäude, die Turnhalle und die Außenanlagen. Laut Bürgermeister Thomas Fabian befanden sich beide Schulgebäude und die Sporthalle in der Willi-Bredel-Straße im unsanierten Originalzustand von 1972 Mängel im Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz, Sonnenschutz sowie eine veraltete Haustechnik machen eine grundlegende Sanierung notwendig. Seit dem 1. November 2011 ist die Sanierung abgeschlossen und die 8. minus 10. Klassen sind wieder in Lösnich. Erfolge 2000 Jugendjournalistenpreis für die Schülerzeitschrift Kopfsalat 2001 zu 3 Preis Immense Award für MINTC Schulen 2002 zu 4 Preis Immense Award für MINTC Schulen 2007 zu 1 Preis Schule des Jahres im Bereich Individuelle Förderung der Studentenzeitschrift Unicum 2011 KAK Preis der KAK Stiftung für Hochbegabungsförderung